Ich bin Markus Siegmann, 42 Jahre alt, einer von vier Geschäftsführern von Rosebikes und stolzer Familienvater. Dort zu verkaufen, wo der Kunde ist, egal ob online oder offline oder social, das ist meine Passion und für die kämpfe ich mit voller Leidenschaft seit 2004. Die Welt ist so unfassbar schnell geworden. Facebook-Hype, Instagram-Hype, jetzt TikTok und überall müssen wir sein. Das klingt fast unmöglich, das alles zu beherrschen, ist es aber nicht, wenn man die richtigen Leute kennt. Wir leben alle in einer Blase, nämlich in unserem Horizont und ich möchte gerne von euch lernen, wie ihr arbeitet und vor allen Dingen, wie ihr die Social-Media-Kanäle für euch nutzt. Wenn du jung und leidenschaftlich bist, dann wirb dich jetzt unter dem Hashtag OpenToMentor und werde meine Mentorin oder mein Mentor. Ich freue mich. Hallo. Ich freue mich. paar,ja,ja,ja. sollte man gehen, personal Willi Th громat Keller,